Hallöchen und willkommen zurück. Wir waren beim Hausbau. Das letzte was wir gemacht hatten, waren hier diese Treppe und siehe da, es geht. Auf jeden Fall sind wir schon mal oben. Äh, dann könnten wir jetzt eigentlich, wir machen auf jeden Fall erstmal den Grundriss, ne? Das heißt, wir brauchen jetzt wieder Wände. Kann ich hier jetzt eigentlich auch noch wieder einen Wohnhof machen? Hä? Wieso wegnehmen? Nein. Was ist denn das? Ja. Holz. Hä? Ach, die waren das, ne? Kann ich das jetzt hier eigentlich auch noch wieder rufpacken? Ich möchte ja gerne Holz haben. Bei mir. In der Bude. Schön Parkett, du weißt ja, ne? Geht das? Kann man das nur lassen? Sieht so aus, ne? Als wenn das geht. Ich meine, die Treppe können wir noch ein bisschen in der Höhe... Das geht ja. Die können wir noch ein bisschen hochziehen. Also daran sollten wir scheitern, ne? Ach Gott, jetzt mach ich ja auch noch... Da muss ich auch noch drauf aufpassen. Du musst noch mal raus und... Nein! Jetzt falle ich hier auch noch runter. Ja, siehste. Geht nämlich schon los mit der Treppe. So, wenn, dann sollen die auch alle... Äh, die gleiche Richtung, ne? So, dann gehen wir mal nochmal hier. Zack. 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 So, jetzt haben wir hier oben auch schon mal... Einen schönen Holzbohnen. Ne? Kann sie doch sehen lassen. Okay, das heißt, die Treppe muss jetzt aber noch ein bisschen... Hä? Wieso geht die jetzt bloß da hin? Jetzt kann ich die auch gar nicht mehr verstellen in der Höhe. Ja, dann lassen wir die jetzt so. Die hat die jetzt da direkt, äh... Rangeswitcht. Aber naja, gut. Sollen wir uns nicht weiter stören? Ach, sieht scheiße aus hier schon. Sehe ich jetzt grad. Ich glaub, der nimmt mich da wieder weg. Ja, komm, mach ich auch lieber. Wie gesagt, das ist... Äh... Erstes Haus, was wir jetzt hier machen. Ist ja auch erstmal so zum... Durchprobieren nachher kriegen wir... Wird das mir auch wahrscheinlich ein bisschen... Besser und schneller gehen schon. Jetzt geht das nämlich... Da liegt die richtig schön... In der Höhe... Verstellen kann. So wiegt gerne haben möchte. Finde ich eigentlich besser. Kann man die schön... Mittig machen. Und denn... Sieht eigentlich ganz manierlich aus. Okay, er bleibt jetzt hier irgendwie ein bisschen hacken. Also, wir gehen noch ein Stück zurück. Nee. Einfach ein Stück hoch noch, ne? Ach so. Joa... Gut, jetzt kicken hier die ollen... Zacken raus von der Treppe, aber... Egal. Dann können wir jetzt hier oben... Wände stellen eigentlich, ne? Was? Nein. Lass da. Wände... Und dann hier. Genau. So, und das muss jetzt aber sitzen hier. Koffer kredatieren. Nee, pass mal auf. Wir fangen am besten auch wieder hinten an, ne? Oder? Doch. Nee, hatte ich nicht die Seiten zuerst gemacht? Nee. Das war hinten, ne? Wie gesagt, gar nicht mehr. Doch, ich glaube schon. Mal wieder gucken erst mal. Aha. Er hätte noch ein Stückchen rum... Kann jetzt noch ein Stückchen rumiedreht werden? So, und noch ein bisschen weiter nach hinten. So. Ich denke, so sieht das ganz gut aus, ne? Wir gucken. Ah, und dann habe ich ja hier so einen ollen Schlitz. Da. Hm. Naja. Wie gesagt. Erster Hausbau. Können wir noch nicht... Nein, das war zu viel. Jetzt? Wie sieht das aus? Ah, wir hatten noch ein Stück nach hinten gekonnt. Nein! So. Hä? Das ist auch sehr schlecht... Sehr blöd zu sehen. Nein, jetzt wieder... Nein, Mann! Oh! Also mit, äh... Die ollen Sticks... Das wird manchmal echt kompliz... Kompliziert, wollte ich sagen. Jo, ich glaube jetzt... Also von hier unten sieht es ganz gut aus. Ich hoffe, ich falle jetzt nicht wieder runter. Lassen wir jetzt so. Erstmal. Zack. Zack. Und hier kickt er jetzt natürlich einen halben Meter rüber. Ach, Mensch. Warte, er laufen runter, fliegt hier. Nun geh doch mal hoch. Und zweistöckig. Soll auf jeden Fall erstmal reichen. Denn... Bin ich der Meinung. Mensch. So. Hätten wir auch noch wieder ein Stück nach hinten gekonnt. Och, Mann. Sieht doch schon cool aus. Das wird eine richtige Festung. Fällt mir schon. So. Die nächsten Wände. Zack. Zack. Hier steht er zum Beispiel wieder nicht so weit drüber. Da ist es... Da ist es eh ein Brett. Und hier ist es... Na... Nicht mal ein halbes. Aber egal. Dann guckt das eben ein bisschen... vorne raus. Das ist mir eigentlich egal. Das bisschen. Äh... So. Mal schauen. Weiter rüber noch. Äh... Wo ist denn das da? Ich sehe das schon wieder ganz schlecht. So. Vielleicht. Kann man so lassen, ne? Glaube ich. Das sieht ganz gut aus. Oh, ja. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Zack. Und... Nein. Jetzt ach nicht. Das geht da nicht mehr ran. Hallo. Er wollte doch eben. Nein. Nicht da. Ach, Scheiße. Ja, wir sind jetzt... Ein ganzes Brett zu viel. So wie es aussieht. Kacke. Das heißt, wir müssen irgendwo ein Stückchen wieder raus. Entweder hier oder da. Muss weiter rum. Wo geht denn das? Wo könnte ich denn jetzt noch ein Stückchen raus? Ja. Genau hier nämlich. Das ist nämlich den... Schiefiworn da hinten. Aber ich habe doch schon den extra geguckt. Okay. Mit dem Teil hier. So. Und dann... So ein bisschen wieder raus. Nein. Vorsichtig. Ja, äh... Müssen wir probieren, ob das jetzt geht. Na, na? Nein! Warum nicht? Guck mal, wenn er da jetzt anschließen tut. So, dann ist es... Das ist immer noch zu viel. Alter, das kann doch nicht sein. Dann gehe ich jetzt mit denen noch ein bisschen weiter raus. Kann ich da... Da bin ich doch aber schon so weit. Da kann ich die... Da kann ich doch nicht noch weiter rum. So. So, dann träge ich mich jetzt noch... Kleine Stücken. So. Das muss jetzt gehen. Ansonsten ist das... Ist das ja bald gar nicht mehr möglich. Guck mal, jetzt hängen wir nämlich schon fast rüber. Oder sind schon rüber. Und da wird noch total schief gleich. Ach, was soll's. Was soll's. Guck mal, jetzt hängen wir nämlich schon... ...in der Luft. Wir müssen probieren. Okay. Nein. Zack. Jetzt, komm. Jetzt muss das doch klappen. Jo, hab ich schon gesehen. Super. Geile Sache. Dann machen wir jetzt noch ein Dach oben drauf. Oder nee, wir können das Ding hier ganz hoch bauen. Denn auch noch. Und dann machen wir da auch gleich so ein... Ach nee, 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 nee. Das bauen wir... ...separat. Ich hab da schon eine coole Idee. Für nachher. Und ich wies doch schon genau, wo wir das hinbauen. Ha. Das wird ja knaller. Dächer. Hä? Zack. Hallo. Zwitsch doch mal ran, ne? Ja. Hallo. Warum? Nein. Nein. Nein, das ist falsch rum. Das ist falsch rum. Hör doch. Nee, doch nee. Hä? Hä? Der ist jetzt aber falsch rum. Der muss raus. Oder gedreht werden. Viel mehr. So. Das soll ja auch alles ein bisschen, ne? Wenn wir das schon machen. Ein bisschen vernünftig sollte er denn nun auch. Nein. So. Halt. Geil. Haben wir auf jeden Fall schon mal ne richtig schöne Hütte. Geil. Geil. Zwar komplett aus Holz. Bis jetzt aber. Naja. Wir kriegen das schon. Wir machen das schon. Und wartet mal ab, weil ich noch vor hab da vorne. Weil ich schon sagte eben. Da wird richtig geil. Und dat. Sehen wir uns. Äh. Sehen wir beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, Leute. Visionz.